also neues game wir sind gerade in Overtime wir werden jetzt auf dieser Kaka Map zerstört werden zwar aber trotzdem wir haben es gerade auch so ein Overtime geschafft weil es wird die Try harder irgendwelche warum steht dann bei Youplay bei Freunde dass ihr gerade in Runde 1 und 4 seid weil und zuvor stand da dass ihr gerade für eine neue Runde gesucht habt weiß ich nicht habt ihr schon den schlechtesten Patch ever in Rainbow gehört? Hacker soll entfernt werden nein Blackbeards Schild wird nochmal genervt IQ kriegt eine Claymore statt Granaten Finca kriegt die Granaten und Dukaybi kriegt die Blendgranaten von Finca warum sollte IQ eine Claymore kriegen? warum sollte Finca ne Dings kriegen? ne Granate ja warum sollte Finca... oh ja und die Blendgranaten am besten kann die noch weiter werfen wenn die den Buff hat oder so keine Ahnung wir wollen sie noch ziemlich ausgeblichen machen ach ja und dann noch ähm wenn Finca den Buff an hat kriegt äh die von Smokes kann es dann nicht mehr den doppelten Schaden sondern nur den 1,5 fachen Schaden Trotzdem sie atmen mit irgendwie fünfmal so schnell geschätzt in die Busten aber so atmen die dann das ist das rechtste Patch ever weil er jetzt Blackbeards Schilder nur noch 50 erleben hat und ich mich dazu entschieden habe habe Blackbeards zu holen dann kriege ich das mit dem Patch mit dann heißt ne eben noch das erwartest du dann das ist echt so der Arme Typ muss genervt werden das ist ja von dem Übrigen kannst du den mal rewerken? nein bist du im Tode genervt rewerken gemacht können die E-K-I natürlich die Biohazard Container und Secure it kann jetzt keinen Off-4 rewerken mann wer hat die Camps wer hat vielleicht mal nötig das ist die genau unter dem Scheiß hätt grad mein teammate fast abgeschossen weil ich ne Camp machen Leute egal wunderschön ah sei da grad in der fünften Runde ja eigentlich nicht so absolut verrecken es steht alle drin 1 2 für uns weil wir sogar noch was gemacht haben so ähm Hendrik uff ja auf die versuchten Schildblock zu machen ich gehe schon drohen ich gehe schon drohen Eger Echo Gang ist arm Wesen ich gehe schon wie das ist das ist wöch wir so sagen ich Hendrik, ich komme mal zu dir. Ich bin nicht alle im Raum drin. Mal kurz aufpassen, wenn ich Drohne. Treppe hockt keiner. Von hinten. Op 4, letzte Operator standing. Ich hab zwei Kills, während ich ge-echo'd war. Ich hab halt absolut keinen Plan, was ich mehr als ist von Operator holen, sondern schlag dir immer was vor. Ich überleg noch zwischen Echo, Vigil und Snackbeard. Snackbeard ist scheiße. Du kannst Vigil spielen, hast wenigstens eine gute Waffe und stößt mich nicht. Ich hab mich Echo gekauft. Hast du Echo gekauft? Ja. Kein der Lazy. Ich überleg mal noch. Ich muss mir noch mal Franzacken holen. Mal. Irgendwann. Dann empfehle ich den wieder Doc oder Vooq. Fein Vooq, das ist einfach der einfachste Matten hin. Arteologie, du kämpfst in die Ecke. Pfff. Fertig. Bei Doc stellen sich die Leute immer vor dir und wollen geheilt werden. Ich heile dir unter meinem Magnum Revolver. Oh, falsche Pistole. Boom. Ja, ich dachte, es wäre eine Pistole. Warum kriegen wir den beschissenen Raum? Welche Map, welcher Raum? Wolkenkratzerroh. Ja, komm mit, ne? 2-2 steht es jetzt. Glaub ich es nicht das mit den zwei Fenstern? Nein, das hat das wohl... wenigstens noch diese Juwelen da und dieser Drop, der noch... Ach stimmt, Wolkenkratzerroh, ich verwechsel das immer mit Turm. Ach stimmt, das war ja das mit den 30 Fenstern, wo du in den Raum reingucken kannst. Da noch die 3.000 Wände dazu. Die werden natürlich nicht verstärkt werden von unseren Teammates. Ja, aber ganz arg, weil sie afghan sind. Achter, der ist afghan-team jetzt. Die Runde fängt an, jetzt macht sowas. Ist das dein scheiß Ernst, Kavira? Töten, töten, töten. Und wer macht hier den Drop-O? Die Kavira mit ihrer Shotgun. Warum? Nobody knows, nobody cares. Vielleicht damit sich keiner mehr nur an den Schreibtisch legt. Da bin ich schon drinnen. Ach ja, vielleicht bedarf das wäre gut, dass wenn der vorbeigeht, der rein springt und sich um den Schreibtisch legt, damit der da... Ja, Monty! neben dir hendrik verschießt schieden wir der ecotron ab also ich kann jetzt sagen wenn er reinkommt ich weiß doch auch wenn er reinkommt oder entdeckt die anderen können doch auch in deine ecotronen gehen wie war das? ja können sie nice als ob ja wahrscheinlich habe ich ihn nur 20 abgezogen ne fetcher alles klar 300% legit ich brauche meine ecotronen dings wieder packt so ab und cavera macht wieder mal scheiße hm ich müsste mal ah hier würde der gold nicht in my key spielen der doc macht zwar ne absolute scheiß taktik aber er macht wenigstens was spawn peeken oder was? ja naja mit doc ist irgendwie ganz so kack oder ist ne ato game wenn er gedauert muss er sich einfach selbst wieder hochlutschen und dann kriegst du nen headshot wie kann man als cavera so scheiße der typ steht vor ihm er hat tausendmal mit der schrussfilme drauf geschossen man kriegt ihn nicht wieso sowas auch noch auf platz eins soll ich mal fuse spielen? ja mach mal ich muss noch meine geld zu finden ach ihr werdet matchball wir sind immer noch wie ich mit der schwarzen rennsau hm 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 noch herr franz ich habe gestern für eine russen pistol blakei gezogen Du musst den Biohazard-Container lokalen. Ich hätte meine Drohne so schön auf den Schwertern platziert. Wir waren wieder genau an derselben Stelle. Hier hat ein Swarmpeaker. Ja, bestimmt hier ein Jäger. Ja, ich glaube das ist ein Jäger. Mann! Nein, ich bin tot! 2-30. Ich habe meine Claymore aufgestellt an dem Eingang. Warte mal! Weg! Irgendwo wurde aufgeschlagen. Machst du das Franz? Schlagen nicht. Ich habe du gefühst. Okay, hier ist einer. Nur Mutter der Jäger ist das. Jäger ist aber auf der Haupttür. Bist du? Die haben da eine Wand nicht verstärkt. Da möchte ich hin. Da musst du auch passen. Da musst du auch passen. Warte. Okay. Irgendwo hast du raus. Ach du Scheiße. Schlagen. Schlagen. Ich bist dich. Schau. Ich bin bereit. Eloher. Ich will mal laden ein Glasbolzen anstatt Gasbolzen. Ich weiß auch nicht warum. Bandit und der Mute sind hinter der Wohnung. Was hast du gehört? Die kommen durch die Tür rein. Hinter dir, Twitch. Es war ein Bandit. In der Drum Room. Das Teil heißt für mich Drum Room. Oh Franz, du tanzt aus der Reihe. Du hättest einen Kill noch haben müssen. Hätten wir 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ich bin ziemlich scheiß. Das ist das Problem. Ich weiß schon, das wird aber nur aufgehen, wenn in 3 Runden hintereinander jeder Gegner gestorben wäre. Ja, und der eine ist ja geläftet. Hm, deswegen war es. Also nicht Franz seine Schuld. So Franz, warte mal ein. Und da ist das denn ... Vielen Dank.